Das Ding ist riesig. Ich hoffe, ich hab genug Sprengstoff. Wo hast du kämpfen gelernt? Steck auf! Steck auf! Jetzt hast du gleich keinen Empfang mehr heute. Sam, das war's. Das C4 ist gelegt. Wo bist du? Die Kavallerie kommt, mein Freund. Verschützel den Sprengstoff, bis ich da bin. Und alles wird wunderbar. Das Ding! Feuer! Röte vor! Geht aus dem Weg! Und? Heilige Feuer! Das Ding brennt! Da! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Der Gedanke an deine alte Familie macht dich schwach Er ist mein Bruder Vergiss nicht, wir sind jetzt deine Familie Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Dein Handwerkszeug? Partykram. Ich freue mich schon lange darauf, die Scheiße hier in die Luft zu jagen, wie wir Amerikaner sagen. Und du bist Amerikaner, Sam? Ja, mein Vater war bei den Navy Seals. Ich wurde geboren, als er in Texas stationiert war. Dann versetzte man ihn nach Deutschland. Oh, Uncle Sam. Ich verstehe. Ja, einer der Gründungsväter, glaube ich. Das solltest du mal nachschlagen. Vergiss es. Da breiten wir etwas festliche Stimmung. Fahrt zu den Öldepots. Ich gebe dir mit den MG Deckung. Blitztrieg. Das wenn ich nicht dabei. Verhält es am Fahrzeug an. Oh, fuck. Das war's für heute. 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 Ja. Der Sieg ist unser. Geschafft. Amerika-Fuck-Yeah-Ha! Jetzt noch das Sahnehäubchen. Und heute beim Pokern alle machen. Lass mich nicht hängen. Na, triff mich an heut's Stützpunkt. Oh no. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020